Falsche Offshore-Firma, Supermarkt geklaut, 80 Millionen Dollar Verlust. Wenn Sie eine Offshore-Gesellschaft bereits besitzen oder wenn Sie eine Offshore-Gesellschaft kaufen möchten, sollten Sie dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Wenn Sie die falsche Offshore-Firma besitzen, könnten Sie alles über Nacht verlieren. Ich zeige Ihnen ein Beispiel anhand eines echten Falles aus meiner Praxis. Ein russischer Geschäftsmann verlor seine Supermarktkette im Wert von 80 Millionen Dollar durch einen hinterhältigen Betrug an seiner BVI-Offshore-Gesellschaft. Ich zeige Ihnen die Stolperfallen vermeintlich preiswerter Offshore-Firmen auf und stelle Ihnen wasserdichte Alternativen vor. SwissbankingLawyers.com We fight for your money! Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo, Inhaber der Boutique Anwaltskanzlei Caputo & Partners und Gründer von SwissbankingLawyers.com, dem Ort, an dem erfolgreiche internationale Geschäftsleute Tipps und Lösungen zum Schutz ihres Vermögens finden. Wir haben uns zu diesem Video entschlossen, weil heute immer noch viele vermögende, vermeintlich sichere Offshore-Firmen auf dem britischen Jungferninseln nutzen, um Vermögenswerte zu verstecken. Diese Firmen sind unter der Bezeichnung BVI-Offshore-Company bekannt. Als Panama durch die Invasion der USA 1990 in Mitleidenschaft gezogen wurde, begann die weltweite Nachfrage nach den BVI-Firmen. Mehr als eine Million BVI-Offshore-Firmen wurden gegründet. Die britischen Jungferninseln zählen zu den grössten Anbietern von Offshore-Firmen. Die Panama Papers, der automatische Informationsausch der OECD, die Common Reporting Standards, der weltweite Kampf gegen die Steuerhinterziehung, der Kampf gegen das Bankgeheimnis und gegen anonyme Konten, haben die Spielregeln massiv verschärft. Die BVI-Offshore-Firma ist heute transparent geworden. Keine Geheimhaltung, keine anonymen Inhaberaktien mehr. Die Schweizer Banken lehnen Kontoröffnungsanträge von BVI-Offshore-Firmen grundsätzlich ab. Schweizer Banken haben Angst vor Schwarzgeld. Sie wollen das Risiko nicht eingehen, mit Schwarzgeldern kontaminiert zu werden. Die Gesetzgebung hat den ehemaligen Schleier der Anonymität beseitigt. Die BVI-Offshore-Firma ist somit nutzlos geworden. Für das Halten von Vermögenswerten sind sie sogar gefährlich, wie mein Beispiel aus der Praxis zeigen wird. Trotzdem verwenden viele Geschäftsleute immer noch veraltete BVI-Companies. Noch heute halten sie damit wertvolle Vermögenswerte wie Immobilien, teure Luxusjachten, Private Chats, Schweizer Bankkonten, Lizenzgebühren usw. Das ist eine zickenste Zeitbombe, die mit einem Schlag ihr Vermögen vernichten kann. Anbieter von Internet-Offshore-Firmen preisen Offshore-Firmen mit Bankkonten an. Heute ist es schwierig, Bankkonten bei guten Banken zu eröffnen, die in den wichtigsten Ländern, in den OECD-Ländern wie die Schweiz, Singapur oder Grossbritannien ansässig sind. Billige Internetanbieter sind zwar in der Lage, Konten auf den Seychellen zu eröffnen, aber niemals in der Schweiz, Singapur oder in Luxemburg. Wenn Sie Ihr Geld bei einer Bank auf den Seychellen anlegen, bleibt Ihr Geld für immer auf den Seychellen hängen. Es wird sehr schwierig sein, Ihr Geld von den Seychellen zurück nach Europa zu senden, wo Sie es auch ausgeben wollen. Sie können Ihr Geld nie in einem entwickelten Land wie die Schweiz, Singapur oder Grossbritannien brauchen. Solche billigen Internet-Offshore-Anbieter sind vielfach Betrüger. Wenn Sie die Namen der Banken erfragen, mit denen die Offshore-Anbieter arbeiten, werden Sie die Namen der Banken nicht offenlegen. Die Offshore-Anbieter sagen nicht die volle Wahrheit, weil sie ihnen nur eine Firma verkaufen wollen. Wozu brauchen Sie eine Firma ohne Konto? Um Bankkonten auf den Seychellen mit einer fiktiven Bank zu eröffnen. Sie wissen nie, ob eine solche Bank von niedriger Qualität im nächsten Jahr noch existiert oder ob sie überhaupt jemals existiert hat. Von Zeit zu Zeit erhalte ich Telefonanrufe von verzweifelnden Kunden, die Ihr gesamtes Geld bei scheinbar guten Banken in exotischen Offshore-Jurisdiktionen verkloren haben. Wenn Sie ein Opfer waren, wenn Sie ohne Bankkonto auf Ihrer Offshore-Gesellschaft sitzen, ist das nicht Ihr Fehler. Viele Geschäftsleute kommen verzweifelnd in unsere Kanzlei und fragen uns immer wieder, ob wir Ihnen ein Bankkonto für Ihren Fehlkauf eröffnen können. Schweizer Banken lehnen Kontoeröffnung für BVI-Firmen ab. Sie zeigen uns sehr gut aussehende, überbeglaubigte Unternehmensdokumente, offizielle Siegel und schöne Stempel. Alle haben ihre Firmenunterlagen für die BVI-Kompagnie erhalten, aber ohne das versprochene Bankkonto. Vertrauen Sie nicht dem Rat der gesichtslosen Offshore-Firmenanbieter aus dem Internet. Ein solcher Rat kann Ihnen im schlimmsten Fall wie in meinem folgenden Beispiel 80 Millionen Dollar kosten. Einer meiner Kunden besass eine Supermarktkette mit einem Marktwert von 80 Millionen Dollar in St. Petersburg in Russland. Er benutzte seine BVI-Firma als Holdinggesellschaft. Russische Kriminelle reisten auf die britischen Jungferninseln und bestachen die Beamten des Unternehmensregisters. Sie liessen einen Betrüger als neuen Direktor ernennen und löschten den Namen des alten Direktors aus dem Register. Der neue Direktor ging sofort zurück nach Russland und verkaufte die Supermarktkette über Nacht an den erstbesten Käufer. Als der Kunde entdeckte, dass er nicht mehr im Register steht, war es bereits zu spät. Er leitete ein Gerichtsverfahren in St. Petersburg in Russland ein, jedoch hatte er keine Chance mehr, seine gestahlene Supermarktkette zurückzugewinnen. Hätte er als Holding eine Schweizer Firma genommen, anstatt eine BVI, wäre dieses Bestechungsvorhaben gescheitert. Gemäss dem Korruptionsindex der NGO Transparency International liegt die Schweiz im fünften Position der Rangliste. Die Schweiz gehört zu den wenigsten Ländern mit der geringsten Korruptionsrate. Die British Virgin Islands werden nicht im Korruptionsindex aufgeführt. Wenn dies aber der Fall wäre, kann ich Ihnen garantieren, sie wären weit entfernt von der Schweiz. In der Schweiz ist es unmöglich, die Beamten des kantonalen Handelsregister zu bestechen. Die Handelsregister und Grundbücher werden direkt von den kantonalen Behörden geführt und von der Zentralregierung beaufsichtigt. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, zeigen Sie es uns doch bitte mit einem Like. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie kein zukünftiges Video mit interessanten Informationen verpassen, dann sollten Sie jetzt unseren Kanal abonnieren. Natürlich sind die Kosten einer Schweizer Firmengründung wesentlich höher als bei einer BVI. Bei einer Schweizer Neugründung muss man etwa von 10'000 Franken ausgehen. Bei einer BVI belaufen sich die Kosten auf einen Zehntel. Die Schweizer AG ist buchhaltungspflichtig und ist mit diversen Vorschriften verknüpft, die es zu befolgen gibt. Dafür ist sie jedoch mit Abstand die beste Holdinggesellschaft, die es für Geld auf dem Markt gibt. Der Kanton Zug ist eine der berühmtesten Holdingjurisdiktionen der Welt. Die wichtigsten Rohstoffhandelsunternehmen der Welt befinden sich im Kanton Zug. Wir gründen eine Schweizer Firma in zwei Wochen von Grund auf für 10'000 Schweizer Franken. Wenn Sie eine Schweizer Aktiengesellschaft mit einem funktionierenden Bankkonto sofort brauchen, können wir eine bestehende Schweizer Vorratsgesellschaft mit Bankkonto für Sie in 24 Stunden organisieren. Wir haben stets ein ausgesuchtes Portfolio an Vorratsgesellschaften mit Bankkonto zur Hand. Je nach Alter und Firmengeschichte belaufen sich die Kosten zwischen 20'000 und 40'000 Franken. Wenn Sie den bestmöglichen Schutz für Ihr Vermögen benötigen, müssen Sie sich definitiv für eine Schweizer Firma entscheiden. Die Anschaffungskosten sind zwar höher, aber Sie besitzen damit das beste kugelsichere Asset Protection Instrument der Welt und garantieren sich einen sorgfreien Ausblick in Ihre Zukunft. Wenn Sie bereits eine Offshore-Firma besitzen und sich nicht sicher sind, ob Ihre Offshore-Struktur genügend Sicherheit bietet, offerieren wir Ihnen einen kostenlosen Sicherheitscheck. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema haben, können Sie uns gerne Ihre Frage im Kommentarbereich unter dem Video posten. Bei vertraulichen Anfragen verwenden Sie bitte unsere E-Mail-Adresse im Abspann. Wenn Sie heute Ihre Schweizer Firma inklusive Konto gründen möchten, greifen Sie jetzt zum Telefon und wählen Sie 0041442124404. Es ist nie zu früh, aber oft zu spät. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.